Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat Israel aufgefordert, die Eröffnung einer zweiten Front im Krieg, diesmal gegen die militante Gruppe Hezbollah, zu vermeiden. Ein weiterer Krieg zwischen Israel und der Hezbollah könnte sich leicht zu einem regionalen Krieg mit schrecklichen Folgen für den Nahen Osten ausweiten. Daher ist Diplomatie derzeit der beste Weg, um eine weitere Eskalation zu verhindern, sagte Austin nach einem Treffen mit dem israelischen Verteidigungsminister. Er fügte hinzu, dass die USA eng mit Israel zusammenarbeiten, um eine Vereinbarung zur Bewältigung dieser Situation zu erzielen. Die Hezbollah, die vom Iran unterstützt wird, griff Israel fast unmittelbar nach dem bewaffneten Angriff der Hamas am 7. Oktober an, der den Krieg im Gazastreifen auslöste. Seitdem haben Israel und die Hezbollah fast täglich Feuer ausgetauscht, was dazu geführt hat, dass zehntausende Menschen auf beiden Seiten der Grenze vertrieben wurden. In den letzten Wochen haben sich die Kämpfe intensiviert, was die Befürchtungen verstärkt, dass sie sich zu einem umfassenden Krieg ausweiten könnten.